Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2, der Forgotten Wirschind, 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 Scheiße Decke. Wir sind hier in den vergessenen Kampagnen und das hier ist mir letztes Mal aufgefallen, beziehungsweise jetzt gerade. Nämlich Brit Virage und die vergessenen Schlachten. Das kommt mir irgendwie unbekannt vor, das kenne ich nicht. Habe ich was übersehen, habe ich was verpasst oder gibt es da was Neues? Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob es da wirklich was Neues gibt. Also Brit Virage und vergessenen Schlachten. Weil den Ja, der Elefant, den hätte ich eigentlich sehen können müssen. So, wir starten mal rein in die Dracula Kampagne, wo wir ja letztes Mal aufhören mussten, weil der Spielstand kaputt ist. Irgendwie habe ich kein Glück mit Spielständen. Wir warten dann jetzt einfach mal, bis wir da oben sind beim Herrn Sultan Murad II. Und wir spielen hier Vlad Dracula, Vlad Dracul. Ja, gleich ist er da. Dauert nicht mehr lang, nein, jetzt ist er da. Das ist das eigentlich königliche Janica. So, anwählen, 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 ich kenne es schon. So, und dann hier zum Schifflein, ich kenne es auch. Na, ich will da oben zum Schiff. So. Wir haben letztes Mal, haben wir irgendwo da oben aufgehört beim Beuvode Jakob, wenn ich mich nicht ganz irre. Müssen wir schauen. Müssen wir looki, looki. So, und gleich kommt mal wieder eine ganz spannende Sequenz. Nämlich, wir steigen auf Schiff. Drum, drum, duf, duf. Ein paar Steine im Weg. Und das müsst ihr eigentlich auf die Distanz sehen, dass da ein paar Steine im Weg sind, aber okay. Und, ta-ting. Deswegen, wir sind hier da angekommen. So. Einheiten haben wir. Jetzt gehen wir hier oben zum Dorfältesten von den einheimischen Walachen. Und danach können wir auch schon die Wojvoden besuchen gehen. Wojvoden, Wojvodde Besucher, ja. Wojvodde, Wojvodde. Warum hat der Schmied ein Schwert? Ich weiß es nicht. Blacksmith. Das ist ein Blacksmith und ein Hufschmied und ein Bogenschützer. Ähm. Was, bist du ein Schwertmeister bist du? So. Äh, Dracula. Da. Den Dorfältesten. Jetzt haben wir den Mönchen. Dann. Holen wir mal den Mönchen. Und schicken den da weg, bitte. So, schicken den da oben hin. Euch. Lass ich mal ein Weilchen. Ein Spion tötet ihn. Ich will nicht. Was war das? Okay. Er hat Selbstmord begangen. Auch gut. Muss man nicht verstehen. Einheiten. Besiegt die gegnerischen Einheiten. Wir haben eine Einheit verloren. Wir haben einen Yannishan verloren. Das gefällt mir nicht. Und hier kann ich gar nicht, oder? Nein. Da muss wirklich Dracula her. Okay. Dann halt nicht. Dann kommst du hier zum Heilen. Und Dracula reitet mal schnell hier hin. Wir haben einen Yannishan verloren. Das gefällt mir nicht. Dafür haben wir einen schweren... Segler? Äh. Momentchen. Segler. Segler, glaube ich. Segler. 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 Egen. Sombatom. Jetzt fängt das mit dem Ungarischen wieder an. Was sind wir überhaupt? Wir sind Türken. Okay. Vlad Zepes ist ein Türke. Auch gut. Der Rambok kommt so hinterher. Die sind alle geheilt. Die sind alle geheilt. Dann schauen wir mal, was der Herr Blauer... Äh. Woi wurde Jakub. Ne. Dann waren wir beim... Woi wurden Istwan. Dem Roboter-Typen da. Der Rambok, der Sturmbok, der kommt mal so her. Und was habt ihr Schönes zum Sagen? Zack. Noch mehr Einheiten. Muss ich dich anwählen? Nö. Ziele. Befreien Sie die Stadt im Süden. Okay. Befreien Sie die Stadt im Süden. Das da. Und das folgt... Nein, das folgt nicht, sondern das geht wie folgt. Aber... So, ihr kommt alle da her. Du kommst da her. Äh, Dracula. So, da war doch das mit dem Karren, oder? Ja. Eine Patrouille. Wo war das mit dem Karren? Lasst uns zum Markt des ersten Dorfes zurückkehren. Dann... Wo ist der Markt? Der Markt des ersten Dorfes. Da ist er. Da, da, hier, da. Ich hab ihn. Hier. Dieser Pulverkarren wird uns helfen. Welcher Pulverkarren? Hallo? Ach, dieser Pulverkarren. Okay. Dann kommst du wieder hier nach oben. Du kommst jetzt mal dahin. Okay. Dann werden wir jetzt zum Turm marschieren. Wer bist du? General der Danesht. Okay. Das sind auch einheimische Wallachen. Äh. Marktkarn. Da. Pulverkarn. Nicht Marktkarn. So. Ja, im Grunde passiert ja nicht so viel. Es tut mir ein bisschen leid. Es tut mir im Herzen weh, dass ihr das Ganze nochmal sehen müsst. Ich hätte auch wieder bis zu dem Punkt spielen können, aber ich finde, es ist dann so aus dem Kontext gerissen. Eigentlich ist das ganze Age of Empires Projekt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Weil Kampagne vom Hauptspiel, danach Kampagne vom Add-on, beziehungsweise nicht vom Add-on, sondern vom, ja doch, vom Add-on, vom Vergotten-Ebenen. Dann Endlosspiel, jetzt wieder Kampagne und ich weiß ja nicht. Kabum! Ja. Das war so nicht geplant, aber okay. Was sind meine Einheiten hin? Meine Einheiten sind weg. Meine Einheiten. Boom. Weg sind's. So, meine Einheiten wieder da. Super. Äh. Ja, kommst du einfach mal mit, warum nicht? Hier den General der Danescht werden wir dann auch besiegen. Und ich glaube, wir können jetzt noch hier den Gefallen für Jakob und dann den Gefallen für Danislav machen. Zu Istran kommen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich werde speichern 50.000 Spielstände, damit ja keiner kaputt geht. Und ich möchte gern vorspulen. Geht das? Huch. Es geht. Es geht. Es geht. Steht auch irgendwo eine Anzeige, wann normal ist? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe herausgefunden, wie es schneller geht. Das ist schön. So, hier. Einheiten besiegen. Attacke. 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 Besiegt alle Einheiten. Besiegt sie. Angreifen. Nicht rumstehen. Da macht irgendwas ganz schön viel Schaden. So, du kommst dann jetzt mal da hin. Und du heilst mal ein paar Einheiten. Hallo. Danke. Auf den General, der da näscht. Attacke. Attacke. Macht ihn tot. So, wir haben wieder irgendeine Einheit verloren. Aber okay, ist nicht so schlimm. Der militärische Turm müsste bald besiegt sein. Oder zerstört sein, besser gesagt. Und wenn da der Rambok hinkäme, dann wäre es sogar noch ein bisschen schneller. Aber die KI ist mal wieder zu doof. Aber egal, wir haben den Turm zerstört. Der Turm ist zerstört. Dann. Blatt Zeppisch kommt mal hier nach oben. Du heilst mal ein bisschen. Du heilst ein bisschen mehr, bitte. Ach ja, plötzlich fehlt das Tor hier wieder. Beziehungsweise die Mauer. Ich verstehe es nicht warum, aber okay. Heiler, 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 heiler. Du bist da. Das heißt, wir haben mehr Einheiten. Meine Armee gehört euch. Er ist spurlos verschwunden. Aber jetzt können wir dann da oben hin, da ein bisschen aufräumen. Eine Einheit hast du noch, genau. Nämlich den Herrn Schwertkämpfe. Nein, sogar noch eine. So. Du bist geheilt. Das heißt, hier haben wir noch ein paar kumanische Söldner. Werden dann da oben noch ein bisschen aufräumen. Hier, da. Und danach Schluss machen für die Folge. Wo ist mein Schlappen? Da ist mein Schlappen. Ja, die Ziele haben sich geändert. Das ist klar. Das ist klar. Dann werde ich mal die Einheiten so bewegen und den Sturmbock hinterher. Manuel. Du gehst feier in die falsche Richtung. Du sollst daher. Dankeschön. Keine Ahnung, was der Sturmbock jetzt schon wieder im Schilde führte. Aber okay. Kann ich da eigentlich hin? Nein. So. Wo waren die Einheiten? Attacke! Attacke! Macht alle Einheiten tot und ihr bleibt da. Auf die Einheiten, fertig, los. So, dann hier noch zwei Einheiten besiegt. Und danach lässt ihr euch ein bisschen heilen. Wenn das möglich wäre, bitte. Folgendes. Ihr kommt daher. Und wehe, jetzt greift irgendjemand irgendwas an. Äh, zwei Einheiten, drei Einheiten sind noch beschädigt. Du kommst da weg. Und jetzt könnten wir dann angreifen. Attacke! Wir werden Verluste haben, das ohne Frage. Aber bisher... Okay, ein Söldner, glaube ich, werden wir verlieren. Ähm. Nee, bis jetzt schaut's gut aus. Ich glaube, wir haben keine Einheit verloren. Doch, eine. Wir haben, glaube ich, eine Einheit verloren. So, du kommst da oben hin und heilst mal die Einheiten. Du den Dings. Nicht außenrum. Hier werden wir dann ein bisschen aufräumen. Und dann war's das eigentlich auch schon. Da drüben. Ähm. Ihr kümmert mal euch um das Ding hier. Oh, den Dings. Eine Steuerungsgruppe könnte ich eigentlich auch hinzufügen. Und ansonsten schaut so all... Räh, häh. Schaut so aus. Als ob wir... ...das Lager jetzt auch besiegt hätten. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Hab's aber vergessen. Während ich's sagen wollte. So, jetzt noch die Schmiede zerstört. Und was müssen wir noch zerstören? Kaserne, Bogenschießanlage, Stall und Schmiede. Pulverlager. Man sollte niemals ein Pulverlager zerstören. Nein, nein, nein. Man sollte niemals ein Pulverlager zerstören. Ihr kommt mal alle nach da unten. Außer du, du zerstörst das Pulverlager. Wir sehen, was passiert. Boom. Boom. Was war das? Da unten irgendwas? Okay. So, du heilst mal wieder alle, bitte. Okay. Dann schauen wir mal. Das Pulverlager. Das Pulverlager. Das Pulverlager. Hier sind fast alle Einheiten geheilt. Drei fehlen noch. Und das Pulverlager macht... Kabum. Macht Kabum. Das war langweilig. Das war wirklich langweilig. Okay. So, ihr kommt da oben hin. Dann bekommen wir da auch noch zwei, drei Einheiten. Und dann werden wir die Truppen zum Valvoden Istwan schicken. Beziehungsweise ihr bleibt mal alle da und bloß Dracula kommt daher. Weil sonst versperren die bloß den Weg. Hier noch vier Einheiten. Auch ganz schön. Was heilst du schon wieder? Keine Ahnung, was du heilst. Ist auch total egal. Steuerungsgruppe 1. Hier hin. Und können wir euch direkt da hinschicken? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Das war's für die heutige Folge von Age of Empires 2. Ich möchte immer Age of Wonders sagen. Aber es ist Age of Empires 2. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Denn ich werde jetzt ein paar Mal abspeiern. Weil sicher ist sicher, ich will nicht nochmal einen gebrokten Spielstand. Einen kaputten Spielstand haben. Und die Wasserfälle finde ich immer noch toll. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, Geldgrüßli. Euer Mesterkurzi. Ich wünsche euch, jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020